Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. So, nach dieser sehr langen und aufwendigen Erklärungsfolge für die neu gewählten Fertigkeiten unserer Charaktere, ich komme immer mit dem Begriff Fähigkeit und Fertigkeit durcheinander, aber das sind ja hier die Fertigkeiten, die wir ausgewählt haben, werden wir uns jetzt hier mal darum kümmern, das Lager aufzuschlagen. Wir haben eigentlich alles gemacht. Ja, Steinfried wird sich nicht erholen können, sehe ich gerade noch. Steinfried hat zu viele Aufgaben, aber sie muss, glaube ich, aufräumen, weil es sonst kein anderer machen kann. Und da Steinfried nie eingesetzt wird, habe ich, glaube ich, gesagt, dass das irgendwie sein muss, weil anders kriege ich die Aufgaben nicht verteilt. Ich habe irgendwie alles zehnmal durchgecheckt. Es geht nur so, also machen wir es jetzt auch. Ich bin mal gespannt, wie erfolgreich das hier wird. Schicht 1, Schicht 2 und dann haben wir hier etwas zu besprechen. Du stehst auf einer Ebene, grau, soweit du sehen kannst. Du bist müde. Der Schlaf erfüllt dich, als sei ein Schatten in deinen Körper gefahren. Oha. Jetzt sind wir im Traum. Oh. Ein Mann tritt aus dem Nebel hervor. Eine formlose Gestalt, die sich langsam manifestiert. Du kannst zwar sein Gesicht nicht erkennen, aber du erinnerst dich an ihn. Ja, das hatten wir schon mal. Grimnir ist wieder da. Er nickt schwerfällig. Welkommen in Helheim. Aus dem Boden heraus erscheinen noch weitere Gestalten. Sie entfernen sich träge und ziellos schweben von dir. Ihre Köpfe lassen sie hängen und ihre Füße schleifen. Der Umherschweifende dreht dir den Rücken zu und geht. Okay. Grimnir geht. Wir sind in Helheim. In dieser sagenumwobenen... An diesem sagenumwobenen Ort sollen wir sein. Ist das real? Ist das wirklich nur ein Traum? Torste Erlingsson, Erling Torgislossson und Otter Erlingsson. Vati, Mutti, seid ihr es? Seid ihr es? Was geschieht hier? Ich kann nichts sehen. Ich verstehe das nicht. Ich wollte euch nicht verletzen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das sind doch die beiden... Das sind doch die beiden Brüder, die uns da überfallen hatten bei unserem... Bei unserem... Festlichen Anlass direkt zu Beginn des Spiels. Ich erinnere mich ganz dunkel. Ich wollte doch nur, dass meine Familie in Sicherheit ist. Du hast mir alles genommen. Das sind jetzt die ersten Charaktere, die wir offenbar umgebracht haben. Sind das quasi unsere Zweifel, die sich hier aus dem Inneren zu Wort melden? Oder sind das wirklich die Geister der Charaktere, die wir hier umgebracht haben? Hier drüben ist Grimnir. Wir gehen mal zu ihm. Du triffst eine Entscheidung nach der anderen. Doch wenn du zu nah vor den einzelnen Fäden stehen bleibst, kannst du das Muster des Stoffes nicht erkennen. Eines Tages wirst du einen Schritt zurücktreten und den Wandteppich, den du gewoben hast, betrachten. Denkst du, der Anblick wird dir gefallen? Ich habe dich nicht hergebracht. So etwas steht nicht in meiner Macht. Deine Angst hat dich hergebracht. Das ist ja absolut mysteriös hier. Wo gehen wir hin, Grimnir? Du wirst diesen Ort mit den Geistern der Unschuldigen anfüllen. Das ist der Preis dafür, dass man sich an dich erinnert. Ja, ich glaube, ich habe das verstanden. Oder danke, dass du mir das gezeigt hast. Oder ich verstehe das nicht. Ja, das scheint so ein bisschen die Mahnung zu sein. Vielleicht auch aus unseren Urängsten heraus, wen wir auf unserem Weg schon mit in den Tod genommen haben. Das waren jetzt in Anführungsstrichen nur diese drei. Es hätten auch schon, glaube ich, mehr sein können. Aber trotzdem irgendwie keine schöne Vorstellung. Aber ich glaube, ich habe verstanden. Mysteriöser Traum. Krass. Ja, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen, liebe Leute. Du blinzelst einmal, zweimal. Du schießt hoch in deinem Zelt. Dein Herz schlägt wie die Flügel eines verschreckten Vogels. Schweißtropf von deiner Stirn auf deine Brust. Die trostlose Landschaft aus deinem Traum verblasst langsam. Und du schaffst es endlich, dich davon zu überzeugen, dass du zurück in deinem Zelt bist. Auf der anderen Seite der dünnen Zeltwand rührt sich nichts als der Wind. Es dauert seine Zeit, bis du wieder einschläfst. Okay, wir schlafen weiter. Okay, wir haben eine Netzfalle hergestellt. Das hatte ich, glaube ich, in Auftrag gegeben. Alle unsere Gefolgsleute haben gegessen. Irgendjemand ist ermüdet. Und die Kundschaften haben wieder was entdeckt. Wir haben 2 Fleisch verbraucht und 16 Rationen. Uff, das war ja nicht so toll. Dafür haben wir jetzt 14 Medizin durch die Kräuter gewonnen. Hm. Da muss ich doch gleich mal auf die Zahlen gucken, was wir jetzt überhaupt noch an, äh... Uh, das ist... Uff, Fleisch und Rationen. Das sieht aber nicht so praller aus. Also meinetwegen können wir im nächsten Ort gerne was einkaufen gehen. Aber das Problem ist, wir werden, ja, wir werden lange brauchen, bis wir an diesem Ort ankommen. Denn Perth liegt hier weit, weit entfernt. Sollen wir hier 2 Stunden reisen in den Süden? Ich will ja eigentlich lieber die Dinge im... Ha, das ist jetzt so schwierig. Also Gameplay-technisch muss man das eigentlich mitnehmen. Andererseits will ich natürlich möglichst zügig hier vorankommen. Und, äh... Ich denke, wir werden eher nur hierhin reisen, in den Norden. Das Flattern schwarzer Flügel lässt euch den Pfad verlassen. Krähen, die sich auf Aas stürzen. Etwas außer Sichtweite vom Weg findet ihr die Überreste eines glücklosen Reisenden. Die faulige Leiche wurde übel zugerichtet von den schwarzen Vögeln. Es fällt dir schwer, Genaueres zu erkennen unter den verfaulenden Narben und den mit Eiter und Maden gefüllten Wunden. Uah, wie widerlich. Als du den Leichnam untersuchst, findest du zersplitterte Pfeile und Fetzen einer gefütterten Weste. Dieser Krieger wurde getötet, hat aber kein ordentliches Begräbnis bekommen und wurde unrühmlich zurückgelassen, um zu verrotten. So, wir können jetzt das Gebiet absuchen. Eine gründliche Suche bringt eine brauchbare Waffe unterhalb der Leiche zum Vorschein. Ob dies die Waffe ist, die zum Tode führte oder ob sie dem Schutz dienen sollte und versagt hat, bleibt unklar. Du hoffst, dass sie dir besser dienen wird. Okay, wir haben eine Waffe gefunden. Kann ich das... Ist das diese Breitachst hier? Neueste, ja. Wir haben eine Breitachst gefunden. Ähm, das wäre ja am ehesten was für dich hier. Allerdings hast du bessere Grundwaffen. Und das ist dann eine zwei... Ist das eine zweihändige Axt oder eine einhändige Axt? Hier steht Axt, Axt, Axt und Dänenaxt. Dänenaxt ist zweihändig. Ähm, die heulende Hexe wollen wir ja behalten. Aber was ist mit der Bartachst? Ich glaube, ich muss das mal so aufstellen. Dann kriege ich das ja... Ja, dann sehen wir nämlich, dass die Breitachst besseren Schaden macht als diese normale Axt, die wir hier ausgerüstet haben. Die Bartachst, die hat auch weniger Stabilität. 7 bis 13 Schaden, panzerbrechend 1 kritisch, 1,2. Diese hier hat wesentlich mehr Grundschaden und 4 Punkte mehr Panzerbrechung. Also stößt durch Rüstung besser durch. Hat aber einen etwas weniger großen Krit-Modifikator, was bei ihm aber nur teilweise wichtig wird. Also können wir diese Axt einsetzen. Und seht mal her, wir haben jetzt schon 87 bis 100 Schaden dadurch mit unseren Doppel-Axten. Also das hat sich gelohnt. Haben wir einen guten Fund gemacht. Wunderbar. Klasse. Richtig gut. So, dann lasst uns mal zu dem Bereich reisen. Wir finden 15 Holz. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Mit dem Opfermoor ist noch, das ist noch 5 Tage in Arbeit. Da brauchen wir auch noch viel, viel Holz für. Wir haben unendlich viel Preziosen. Vielleicht können wir da mal irgendwo Holz einhandeln. Ich weiß nicht, ob das möglich ist an irgendwelchen Handelsorten. Weil 50 Holz hier haben wir auch nicht übrig. Also, hm. Straßen wären auch nicht ganz so schlecht. Wir gehen ja hier sehr stark auf Wohlstand. Wobei wir eher so ein Hybrid-Ding wahrscheinlich machen, oder? Hm. 100 Holz, Übungsring, 25 Holz. Das können wir uns dann am ehesten leisten. Gibt uns zwei Machtpunkte. Also alles können wir eh nicht machen aufgrund der Zeit. Aber, hm. Die Metalle braucht 75 Holz. Die nächste Stufe des Tings. Entweder ein Versammlungsplatz oder ein Markt. Da werden wir wahrscheinlich auch auf Wohlstand gehen. Das wären 75 Holz. Ja, das haben wir auch nicht. Also, das ist alles viel zu teuer. Opfermausstufe 3 kostet nur 10 Holz. Uh, das ist natürlich... Das ist natürlich richtig gut. Naja, mal sehen. So, wir müssen weiter marschieren. Hier Richtung Perth. Also, lasst uns... weiterziehen. So, wir sind hier direkt neben einem Lager, im Übrigen, und auch kurz vor Perth. Du und dein Gefolge bahnen sich ihren Weg durch einen Bergpass, der gesäumt ist von dichter Vegetation. Das sind die Arten von knorrigem Strauchwerk und robusten Nadelbäumen, die hartnäckig genug sind, in den Bergen zu überleben. Dich überkommt ein starkes Gefühl des Unbehagens. Du hältst für einen Moment an, um den Pfad voraus abzusuchen. Aber es ist lediglich der Wind, der die Pflanzen bewegt. Ihr schafft es nur 20 Meter die Straße runter, bis plötzlich überall um euch herum Krieger aus dem Gestrüpp stürmen, Speere und Schwerter schwingend. Ihr seid umzingelt. Gut, wir werden in den Kampf einsteigen müssen. Ja, mit wem gehen wir denn los? Also, der entsetzte Aslaive ist ja irgendwie schwieriger. Wir nehmen mal Eides, Gunnar, Kettil, Morkant und Nefja mit. Und dann bin ich mal gespannt, was wir schaffen. Was wir leisten können in diesem Hinterhalt. Das wird natürlich jetzt ein interessanter Kampf, wenn wir im Hinterhalt sind. Das heißt, unsere Aufstellung wird vielleicht nicht ganz so einfach werden. Sie sind zu neunt und du erkennst sofort, wer die Anführerin ist. Eine kleine, dunkelhaarige Frau von kompaktem Körperbau, die den Umriss einer Krähe quer übers Gesicht gemalt hat. Sie lächelt dich strahlend an. Na, sowas. Was für eine Überraschung. Noch weitere Gäste, die übers Meer zu uns gekommen sind. Wie ist denn dein Name? Ähm, das ist Gren. Ähm, wir bleiben mal freundlich. Wir wollen nicht direkt angreifen. Also, wie gesagt, uns liegt ja nichts daran, hier irgendwelche Gruppen sofort zu verärgern. Mein Name ist Sigurd. Und wie ist dein Name? Sie verbeugt sich elegant, ohne jedoch ihre Deckung aufzugeben. Gren. Und wohin gedenkt ihr denn jetzt zu gehen? Ja, das stimmt. Wir sind auf dem Weg nach Perth, um den König der Pikten zu sprechen. Das entlockt ihr ein weiteres Lächeln. Du willst einfach nur ein bisschen plaudern, stimmt's? Unter Freunden, ganz zwanglos. Ähm. So, wir haben hier eine Erkundungsoption. Wir können fragen. Und das machen wir auch mal. Was hast du eigentlich gemeint, als du sagtest, mehr Gäste? Wir hatten neulich schon einmal Probleme mit euresgleichen. Leute, die gekleidet sind wie ihr, die bewaffnet sind wie ihr, rudern gerne mal mit ihren großen Schiffen zu kleinen Dörfern und Kirchen, um dort wahllos zu töten und sich zu nehmen, was sie wollen. Gut. Ich bin in einer diplomatischen Angelegenheit hier. Ich möchte eine Allianz mit dem König eingehen. Sie dreht ihr Gesicht zur Seite und wirkt nachdenklich. Hm. Hm. So, so. Nun, so wie euer Volk sich hier in der Gegend benommen hat, bezweifle ich, dass ihr Glück haben werdet. Aber wenn ihr nach Perth wollt, werden wir euch dorthin begleiten. So, Kettie schaltet sich ein. Umso besser. Wir müssen doch sowieso nach Perth, oder? Hm. Wir brauchen keine Begleitung, dann werden, ich weiß jetzt leider nicht, ich müsste mir mal eigentlich irgendwo übersichtlich notieren, wer welche Eigenschaften hat. Also ich glaube, das ist so eine typische Textform, die unsere unabhängigen Begleiter jetzt mehr erfreuen würde. Ähm. Aber das wird natürlich auch wieder hier Folgen haben, wenn wir so reagieren. Du lässt uns ja kaum eine Wahl, geh voraus. Über Gesellschaft freuen, das wird die kooperativen Charaktere bestimmt freuen. Aber die haben ja eh schon ein Plus Eins eben gekriegt. Ne, wir nehmen mal die erste Variante, denn sie lässt uns ja im Prinzip mit diesen ganzen Kriegern hier kaum eine Wahl, dann geh bitte voraus. Die Kriegerin grinst über das ganze Gesicht, sodass ihre Krähen-Tätowierung symmetrisch wirkt. Kein Kampf heute, Jungs. Das lief ja besser, als ich dachte. Lasst uns die Herrschaften nach Perth bringen. Gut. Wir reisen also jetzt direkt nach Perth. Das ging schneller als erwartet. Ich dachte, unsere Reise wird sich länger hinziehen, aber es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, jetzt diese ganzen Orte nicht alle abzusuchen. So. Der Geruch von gebratenem Fleisch hängt schwer in der Halle des Pickenkönigs. Die Luft ist heiß und steht still, aber auf angenehme Weise. Man hat nicht das Gefühl zu ersticken. Der Thron ist spartanisch und bescheiden, nicht mehr als ein massiver Stuhl, der mit Robbenfällen behangen ist. Der auf ihm sitzende Mann steht auf, um einen besseren Blick zu haben, als du den Raum betrittst. Was bringt dich... Ne, ach, verzeiht, ich muss nochmal lesen, das war falsch. Was bringst du mir jetzt, Gren? Hast du es dir zur Gewohnheit gemacht, besiegte Wikinger in meiner Halle zu zerren, wie eine Katze, die mir tote Mäuse bringt? Gren lacht. Es klingt hell und fröhlich und scheint so gar nicht zu der kampferprobten Frau zu passen. Ich habe noch gar nicht gegen die hier gekämpft. Tatsächlich waren sie bisher ungewöhnlich freundlich. Der König von Pictland mustert dich und dein Gefolge mit einem leicht irritierten Blick, während er sich über den langen Bart streicht. Dann haben wir also Gäste. Verzeiht meine Unverfrorenheit, Wikinger. Ich bin Konstantin Macfergusar, König von Pictland. Wird das Kostantin? Konstantin? Ja, Konstantin wahrscheinlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht weiß das jemand, wie man das in dieser Gälisch oder Ding, wie heißt die Kultur da oben in der Sprache ausspricht? In dieser piktischen Kultur, das weiß ich natürlich nicht. Ja, ich bin Sigurd Helgason, Tane von Skiern. Du bist der Erste deiner Landsleute, der sich die Mühe gemacht hat, hierher zu kommen und sich vorzustellen. Meistens brennt ihr nur Dörfer nieder und tötet Mönche. Ja, ja, das erzählen uns alle immer. Schmeißt Kettie hier dazwischen. Konstantin bricht über Ketties Äußerung vor Gelächter aus. Nur denn, ich werde versuchen, euch nicht nach den Taten eurer Landsleute zu beurteilen. Warum bist du dann hier, wenn es dir nicht ums Niederbrennen und Plündern geht? Tja, wir sind ehrlich. Also Handelsrouten haben wir nie wirklich in Betracht gezogen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber wir brauchen die Allianz, wenn es irgendwie möglich wird. Ich brauche eine Allianz oder ich hoffe, eine Allianz zwischen unseren Völkern aufzubauen. Konstantin MacFergusser seufzt hörbar und wedelt geringschätzig mit der Hand. Ach, nichts für ungut, aber ich habe keinen Grund, dir zu vertrauen. Und solange mir Connell McTate im Nacken sitzt, habe ich mehr als genug um die Ohren. Du bist herzlich willkommen, solange du willst, in Perth zu bleiben und mit unseren Kaufleuten Handel zu treiben. Gren, meine Liebe, würdest du unseren Gästen bitte den Weg nach draußen zeigen? Okay, also er hat uns erstmal abgewiesen und er hat scheinbar auch andere Probleme. Wir gucken mal hier. Wir sollen jetzt also natürlich einen Weg finden, seinen Vertrauen zu gewinnen. Mal sehen, vielleicht hat Gren ja irgendeine Idee, wenn wir draußen sind. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, Konstantin. Wo geht es jetzt hier raus? Hallo? Hä? Wo geht es denn hier raus, bitte? Bin ich jetzt blind, blöd, beides? Ah, muss ich drehen, sonst sehe ich den Ausgang nicht, das ist ja weird. Interessant. Gut, den Ausgang haben wir gefunden. Daran scheitert es jetzt, dass wir den Ausgang aus seiner komischen Hütte hier nicht finden. Das wäre ja lustig. Ja, und da sind wir wieder im Gespräch mit Gren. Nun, da haben wir es. Das Königreich wird von Plünderern an der gesamten Küste bedroht und dieser stumme Schwanz Connell McTate sitzt uns im Nacken. Ja, nur plauschen wir jetzt über die Kränen-Tätowierung. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie nicht ganz passend. Wir fragen mal nach diesem Connell McTate, den Konstantin erwähnt hatte. Wer ist er? Sie schnaubt spöttisch. Eine von vielen Kerlen, die, nee, einer von vielen Kerlen, die König anstelle des Königs sein wollen. Nur, dass dieser eine Armee hat. Weißt du, was ich denke? Dass diese North Umbria ihn finanzieren. Wie auch immer, kümmere dich nicht darum. Sobald Connell endlich den Mut gefasst hat, anzugreifen, werde ich ihn eigenhändig töten. Ja, fragen wir jetzt nach dieser Kränen-Tätowierung. So interessieren wird uns das natürlich schon. Wir versuchen ja auch so ein bisschen, so die Kulturgrenzen zu überschreiten. Und uns, ja, einfach näher zu kommen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Sag mir, warum hast du diese Kränen-Tätowierung? Sie lächelt dich schüchtern an. Naja, mir flog mal eine Krähe mitten ins Gesicht. Das ist das, was sie hinterlassen hat. Sie hält einen Augenblick inne, um den Ausdruck auf den Gesichtern einiger deiner Gefolgsleute zu genießen. Dann kichert sie wie ein kleines Mädchen. Nee, es ist zu Ehren meiner Göttin, der Morigna. Okay. Ja, dann erzähl mir doch mal von deinen Göttinnen. Sie heißen Bad. Ich weiß nicht, ob man das Bad oder Bad ausspricht. Ist auch komisch. Matscha oder Macher und Anant. Sie fliegen als Krähen über das Schlachtfeld und sagen Unheil und Tod im Kampf voraus. Sie sind nicht das, was du als Schutzengel bezeichnen würdest. Ganz und gar nicht. Die meisten Leute haben Angst vor ihnen und verabscheuen sie. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, tief in meinem Bauch, dass sie mich auserwählt haben. Ich rufe sie vor jedem Kampf und sie haben mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Gut, die Frage, du bist keine Christin, ist irgendwie ein bisschen deplatziert. Es ist ja offensichtlich, dass die hier heidnischer Kultur anhängen, ähnlich wie wir auch als Wikinger das tun. Also bedanken wir uns erstmal. Danke, dass du uns zumindest hierher gebracht hast. Und sie antwortet Benacht Leib? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mich wieder überfragt. Mit beschwingten Schritten geht die Kriegerin dem Pfad zum Fuß des Berges hinunter, wo ihre Krieger bereits auf sie warten. Das ging so gut wie erwartet, schaltet sich Neffja ein. Wahrscheinlich sollten wir nicht darauf warten, dass ein Spion kommt und uns zu einem Gespräch mit diesem Kornell in einem Waldlager einlädt. Ja, er deutet natürlich an, dass das hier eine grundsätzlich scheinbar ähnliche Grundkonstellation wie bei den Northumbrian ist. Die Haare in deinem Nacken richten sich auf. Du blickst dich um, ob jemand dich beobachtet, aber du siehst niemanden. Ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Konstantin ehrlich ist. Er scheint ein würdiger Verbündeter zu sein, im Gegensatz zu Osred. Wir müssen ihm irgendwie beweisen, dass wir seines Vertrauens würdig sind. Nun, das sollte recht selbsterklärend sein, oder? Wir finden diesen Kornell, nehmen ihn gefangen und bringen ihn hierher. Neffja zieht eine Augenbraue hoch. Oder wir töten ihn einfach. Aber hat Gren nicht gesagt, dass er eine Ambe hat? Dann müssen wir ihn beim Vorrücken überraschen. Das könnte funktionieren, wenn wir herausfinden können, wo er ist und was sein nächstes Ziel ist. Eine junge Frau tritt hinter einem großen Baumstamm hervor. Sie hält einen Speer in der einen Hand und einen Jagdbogen in der anderen. Ihre Stimme zittert nervös. Vielleicht kann ich dir helfen. Und du bist? Sie streicht sich eine Strähne feuerroten Haares aus den Augen und enthüllt dabei eine elfenbeinfarbene Haut mit feingeschnittenen Gesichtszügen. Sie dürfte nicht älter als 18 Jahre sein. Mein Name ist Ave. Ich beobachte dich seit deiner Ankunft in Perth. Ja, und wer bist du, Ave? Sie runzelt die Stirn. Unsicher, was du von ihr erwartest. Mein Vater ist Neil McBrennan, König von Kate und Nachfahre von Kate McCreve. Krüth? Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Verzeiht, das sind echt komplizierte Namen. Naja, vielleicht werden mir einige Leute in den Kommentaren da ein bisschen Unterstützung geben, wie man diese ganzen Begriffe ausspricht. Was für Aussprachregeln es da gibt. Weil das sieht irgendwie komisch aus. Also, Krüthne wird es ja bestimmt nicht ausgesprochen. Ich will vermuten Krüthen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt sie, ich bin Jägerin im Dienst von Gren. Hm, Kate ist ein Königreich? Wo liegt es? Es ist ein Königreich innerhalb des Königreichs Pictland. Ein großes Territorium, das den nördlichsten Teil der Insel umfasst. Mein Vater hält Konstantin die Treue. Oh, also, ja, das macht natürlich dieses mögliche Bündnis mit Konstantin nochmal irgendwie saftiger. Dass der nicht nur König vom Pictland ist, sondern die Unterstützung eines so wichtigen Kleinkönigs offenbar hält. Das ist eine wichtige Information und ich glaube, das macht dieses Bündnis extrem attraktiv für Sigurd. Ja, auf jeden Fall sagen wir ihr mal, du glaubst also, du hast uns etwas anzubieten. Ihre Stimme klingt jetzt leiser und befangen. Mit einer schmutzigen Sandale an ihrem Fuß zeichnet sie Kreise in den Sand, während sie redet. Und du willst Connell McTague töten? Das ist der Plan. Ich kenne ein Mädchen hier, das Beziehungen zu Connells Waffenmeister Kaltrim hat. Sie wird wissen, wo Kaltrim ist. Also eine Kontaktperson. Wo Kaltrim ist, ist auch Connell. Ja, bringst du uns zu diesem Mädchen? Ja, aber ich will mit dir kommen und gegen Connell kämpfen. Wieso? Was ist dein Antrieb? Sie errötet wütend. Ähm, ich will euch kämpfen sehen. Was kümmert es dich, wie wir kämpfen? Ich habe von eurem Volk gehört, Wikinger. Es wird viel über euch erzählt. Ich will mich selbst davon überzeugen. So, jetzt können wir sie aufnehmen oder das überbordend ablehnen. Nö, ich bin immer offen für neue Mitglieder. Sie scheint ja auch ehrlich zu sein und ehrliche Absichten zu haben. Genau wie der König von Pictland auch. Also, nö, wir nehmen sie auf. Einverstanden. Auf ihrem Gesicht ist keine Spur von Freude oder Erleichterung zu sehen. Sie scheint von ihren eigenen Füßen vollständig gebannt zu sein. Einverstanden. Gut, folge mir. Okay, McTague muss sterben. Wir sollen ihr jetzt folgen. Das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020